Aufgabe 7 Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist denn die U-Bahn? Die U-Bahn, ja, das ist ganz einfach. Wir sind hier am Markt. Die U-Bahn ist nicht weit. Gehen Sie geradeaus, dann links und dann rechts. Das ist die Willy-Brandt-Straße. Dann geradeaus und die zweite Straße rechts. Da ist die U-Bahn. Also hier geradeaus, dann links und dann rechts und nochmal rechts? Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern.